Willkommen zurück zu einer neuen Folge Volong. Es geht weiter mit Sao Yuns Exil, Nebenschlachtfeld. Und dann haben wir noch zwei weitere. Ich weiß nicht, ob wir alle in dieser Episode schaffen. Aber es sollten nicht mehr so viele Flaggen sein. Vielleicht geht es. Ich vermute mal, es hört sich nach einem Duell an, dass der ist im Exil und wir duellieren den jetzt. Und manche von diesen Nebemissionen, die sind in fünf bis zehn Minuten durch und manche dauern ein bisschen länger. Nein, hier gibt es ein paar Flaggen. Okay, erstmal den Penner wegschicken. Tschüss. Okay. Also haben zwei dicke Flaggen und zwei kleine Flaggen. Das ist ein Gebiet, wo wir schon mal waren. Ich weiß es gar nicht. Okay, das ist ein Gauntlet jetzt. Oh, nein. Jungs, nein. Huch. Meine Güte. Jetzt sind viele. Wir sind auf zwölf. Die Typen sind zwischen acht und zehn. Oh, da kommt noch mehr. Oh, da ist noch einer. Ei, ei, ei. Da war das Timing leicht falsch und das war dann das Ende meines Daseins. Jetzt müssen wir die erste Phase wahrscheinlich auch wieder machen, aber ist nicht schlimm. Ich muss ein bisschen... Direkt am Anfang... Schmeiß eine mit Bombchen. Machst du das? Ich weiß es nicht. Nein, das hast du nicht. Okay, mit ein bisschen Bomb-Mashing geht einfach alles besser. Okay, der ist blau. Dann war ich hier noch einer. Ah, das hat nicht ganz geklappt. Hm, da ist noch ein kleiner. Der kommt zuerst... Der Deckel kommt zuerst runter. Nein. Nein. Okay, dann können wir das hier für uns beanspruchen. Wo sind die kleinen Flaggen? Es gibt bisher erstaunlich wenig Gauntlets. Okay, hier ist eine kleine. Markflagge. Es gibt erstaunlich wenig Gauntlets. Ich glaube, das ist eines der wenigen Gauntlets, die wir bisher im Spiel hatten. Ähm. Ich denke, wir können rasten. Ich weiß gar nicht, wie viel wir für ein Leveler brauchen. Nicht viel. Nicht mehr viel. Ich denke, da ist die nächste Flagge. Okay. Die werden mal weg. Ah! Ein bisschen zu langsam. Okay. Zurück an den Absender, der wir plockt. Au. Wo? Ah, der Schweinepriester. Das war's Mama. Okay. Ja. Was ist das? Ich bin... Ich bin... Ich bin... fast voller Heilung. Nein, nicht ganz fast. Okay. Das wäre das hier freigeschaltet. So, und dann fehlt noch das Kleine hier. Und wir sind auf 20. Hooray. Das ist aber natürlich das Ende der Mission. Es kommt noch ein Gauntlet. Oh, richtig offenes Feld. Ah, Doppeltigerchen. Der andere hat uns aber nicht bemerkt. Oh, jetzt schon. Okay. Uh, das war knapp. Oh, da ist der andere. Oh, shoot. Da ist noch was. Glück gehabt. Der Tiger ist eigentlich schneller. Autsch. Warum? Kriege ich die Parrys-Garde irgendwie nicht hin? Na komm. Kriege ich ihn, mach was. Heilung. Heilung. Oh je. Ist die Frage. Wenn ich den zweiten Tiger töte, kommt da noch ein zweiter Vogel? Weil ansonsten macht es fast mehr Sinn, die beiden Tiger beide gleich low zu bringen und dann beide auf einmal zu finishen, wenn da nur ein Vogel kommt. Weil zwei Tiger sind machbar. Na, nicht erwischt. Tiger sind passiver als der scheiß Vogel. Okay. Okay. Dann machen wir den ersten Mal weg. Na komm. Gib dem Tiger. Okay. Scheint so aus, wäre das Vieh jetzt alleine. Ow. Ah. Er ist fast. Er ist fast unten. Seiner, seiner Wille. Okay. So weit, so gut. Hat er immer noch. Und tschüss. Puh. Okay, das war sehr anstrengend. Aber cool. Nice. Gutes Gauntlet. Generalrüstung des weißen Pferds. Ist das irgendwas Sinnvolles? Gehen wir aufs nächste Schlachtfeld. Ein neues Schlachtfeld ist verfügbar. Uh. Ähm. Na, wir machen erstmal hier. Das Massaker in der Festung Maibu. Auf geht's. Noch ein Nebenschlachtfeld aufgetan. Ha. Das war ein gutes Gauntlet. Hat mir gefallen. Irgendwann werden sie uns bestimmt zwei Vögel an die Backe packen. Und dann wird's ekelhaft. Und dann wird's ekelhaft. Vielleicht können wir uns das Set mal kurz noch anschauen. Natürlich auch, äh, die Missionen sind dafür gemacht, dass man einen NPC noch dabei hat. Aber wo bleibt denn da der Spass, wenn der da mit draufhaut? Ich will alles für mich alleine haben. Okay, Stufenaufstieg. Ähm. Genau, ich wollte kurz... Nachbeschaffungsdatum. Das müsste ganz oben sein. Okay, das ist... Nein, keine Spezialeffektdetails. Sieht man irgendwie einen Z-Boni? Ich sehe keinen Z-Boni. Es weiß ein Pferd. Ich glaube, das Ding hat keine Z-Boni. Egal. Ist nicht so wichtig. Wozu hell sind wir eigentlich? Natürlich ist wieder irgendein Spass von oben am Start. Der uns mit Fernkampf, äh, maltretiert. Au. Okay, das wäre mal das. Dann du. Das war dumm. Da habe ich ihn aus... ...dem AOE gepusht. Wobei, ich habe den AOE auch nur aus Versehen gezaubert. Hi. Okay. Ähm. Oh, da ist das Größeres. Ja. Du. Das beeindruckt mich jetzt nicht sonderlich. Ich dachte, da kommt noch ein Follower auf. Ah, den letzten habe ich vergeigt. Okay. Ich respektiere dich. Ah. Bei dem habe ich das Timing nicht drin. Okay. Okay, das ist schlecht. So, das wäre es für dich. Dienerkappe des standhaften Tigers. Okay, damit können wir hier rein. Bisher easy peasy. Und jetzt kommt der große Fight. Oh. Okay. Voll ein Gauntlet. Oh. Völlig die falsche Taste gedrückt. Armbisierung. Ah, jetzt. Kommt die Dicke. Die mache ich hier nicht so. Au. Na ja, deswegen. Oh, da kommt noch was. Okay. Das wie wir immer ploppt. Das werden noch nicht die letzte sein. Nein, der weniger. Was kommt nun? So ein Vieh. Hm. Das war nichts. Oh. Doch. Hat sogar getroffen. Holy shit. Äh. Okay. Das Vieh ist zu groß. Grundgütiger. Was ist das denn für ein Gauntlet, bitteschön. Hatten wir das Vieh schon mal? Ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Gegner ist. Oh. Ah, genau. Das war das Ding, wo ich drüber gesprungen bin. Keine Weise. Das Feuer bringt hier nichts. Das Feuer bringt hier nichts. Eine Heilung, ey. Äh. Wir haben noch das Spezial-Ding. Okay. Ouch. Das macht nicht so viel Damage. Okay. Bisschen was reingekickt. Und weg ist es. Uh. Okay. Ach, das war eigentlich gar nicht so schwierig. Äh. Ach, ich muss mit ihm reden. Ich glaube, das war auch ein Boss, wo... Den wir mal besiegt haben. Ich weiß aber nicht mehr, wie er hieß. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ähm. Sao Jungs... Hä, haben wir das nicht schon gemacht? Ja, Sao Jungs Exil haben wir gemacht. Grüne Pflaume... Wir können uns das mal anschauen. Grüne Pflaume... Warmer Schnaps. Wir sind jetzt relativ gut durchgekommen durch die... ersten beiden Nebenmissionen. Überraschenderweise, wie ich sagen muss. Was haben wir hier? Oh, ein Duell. Hör auf zu labern, Junge. Wow. Ich dachte... Da kam so ein Audio-Cue. Und ich dachte... Ich kann ein Finishing-Move machen, aber... Irgendwie war das nicht so. Nicht schlecht. Aber hat noch viel. Au. Oh, hey. Dude, das war... Das war nicht sehr nett. Aber wir kriegen nicht mal viel Heilung davon. Okay, zu greedy. Das ist ein guter Fall. Gefällt mir sehr gut. Schnell. Wenig Downtime. Mein Spirit lädt sich nur sehr langsam auf. Okay. Das hat eine kurze Range gehabt. Ach. Ich glaube... Feuer hilft ganz gut gegen den. Oh, wir sind fast tot. Gut. Mal wieder Feuer drauf. Und tschüss. Und tschüss. Das hat ihn ausgeteckt. Nice. Okay. Geil. Das war ein guter Fight. Da konnte ich richtig aggressiv spielen, weil man ihn unterbrechen konnte. Okay, wir müssen Level Up machen. Geht hier aber nicht. Okay, macht nichts. Ja, ja. Gut. Oh, Achievement Unlocked. Battle Hardened. Äh. Ich würde ganz gerne... Also das hier müssen wir noch machen. Das machen wir dann in der nächsten Episode. Äh. Ich will noch mal ins geheime Dorf gehen. Und wir müssen Lern-Laube machen. Wir müssen Lern-Laube machen. Ich will gucken, ob wir Zauber lernen können. Und... Schauen, ob wir unsere Waffe vielleicht nochmal aufwerten können. Wir könnten unser... Hier aufwerten, aber ich... Das ist... Ich meine, wir können gerade so gut nackt rumrennen. Sehen wir mal ehrlich. Das spielt nicht so eine Rolle. Das ist eigentlich immer dasselbe in dieser... Bei diesen Spielen. Äh. Zauber. Ich glaube, wir hätten einen, aber wir können nichts lernen. Ha. Ich frage mich, wann die nächste Mission kommt, wo wir... Okay, Rang Siebenstall haben wir immer noch nicht. Ähm. Haben wir irgendwie einen Schlüssel? Ich glaube nicht, dass wir einen Schlüssel gefunden haben. Nee. Und... Hier unten war auch nochmal was. Irgendjemand, glaube ich, der jemanden vermisst. Du warst das nicht. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendjemand hat jemanden gesucht. Oh. Ich weiß nicht, das Level-Design von diesem Dorf ist ein bisschen... Meh. Wow, wie weit das geht. Waren wir hier überhaupt schon mal? Okay. Aber es ist nicht sonderlich... Interessant. Really? Really? Okay. Also hier waren wir definitiv noch nicht. Ach, geil, eine Platforming-Passage. Wer liebt es nicht? Wenigstens wird man hier nicht großartig gepunished. Wenn man es immer und immer wieder versemmelt. Okay, gut. Äh, geht es noch weiter hoch? Nein. Äh, was mit euch? Ich rede einfach mal ein bisschen mit denen. Vielleicht tut sich irgendwas auf. Ich kann mir das Zeug sowieso nicht merken. Deswegen lese ich es nicht durch. Ähm. Okay, fein. Dann wären wir hier durch. Ich weiß nicht, wo wir den zweiten Schlüssel finden. Aber der kommt dann wahrscheinlich irgendwann noch. Gut. Dann. Machen wir in der nächsten Episode noch. Der unerreichte Speer. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Hoffe sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Euer Northgate.